Ja, Hallöchen. Dankbarkeit, Wertschätzung an die ganzen Teilnehmer. Speaker Slam 2018, Weltrekord in München am Airport. Es war einfach fantastisch mit euch, aber so großartig. Danke, danke, danke für diesen coolen Magic Moment. Danke für den Austausch, danke für die Inspiration. 54 Teilnehmer auf der Bühne, hammermässig, jeder 5 Minuten Redezeit. Und ja, es war einfach cool, es war sehr, sehr, sehr inspirierend. Ich finde es einfach toll, wenn die Leute da hingehen und sagen, ey komm, ich bin jetzt drei hier, Speaker Slam, Weltrekord. Großer Dank auch an Hermann Scherer, sowas auf die Beine zu stellen, einen Weltrekord zu schaffen, das ist schon absolut Magic. Und das ist einfach das, was ich liebe, mit tollen, inspirativen Menschen zusammen zu sein, was bewegen, die Welt zu rocken. Ein wunderschöner Magic Moment. Ja, ich freue mich sehr auf eine wundervolle Zeit. Und in diesem Sinne, bye bye.